Seid ihr bereit? Das sind wir eigentlich schon seit Jahrzehnten. Swisscom macht die Schweiz bereit für die Zukunft. Das war schon immer so. Unser superschnelles Netz macht es möglich. Swisscom baut 5G für die gesamte Schweiz. Was immer die Zukunft bringt. Die Schweiz ist dank unserem laufenden Netzausbau auch diesmal bereit. Wir kommen im Jahr 2025. Bis dann liegt unter unseren Füssen und in fast jeder Schweizer Strasse ein Glasfaserkabel. Und bis zu 60% der Wohnungen und Geschäfte, das sind fast doppelt so viele wie heute, werden direkt daran angeschlossen. Und natürlich rösten wir auch kleinere Häuser auf. Und zwar mit neuen Verteilerkästen im Boden. Ohne Lärm und Dreck bekommen Sie so innerhalb der kürzesten Zeit bis zu 5 Mal schnelles Internet. Und mit dem hat es ja schon längstens angefangen. Genau, wir sind hier beim Schulhaus in Oberfriedenbach bei Langnow im Emmital. Auch hier wird natürlich digital gelehrt. Und das braucht Bandbreite. Für das haben wir den Verteilerkasten im Boden ausgewechselt. Und so in der kürzesten Zeit dieser Schule mega schnelles Internet ermöglicht. Also wenn man durch das Schulhaus geht und im Unterricht als Besucher da ist, vergleicht mit vor 10 Jahren sind natürlich die Geräte viel präsenter heute. Das Internet ist etwa 10 Mal schneller geworden. Was immer aber auch kommt und was immer auch davor hat, das Swisscomnetz ist bereit. Folgendes fr команд aus dem